Ich weiß nicht, was in seinen Gedanken ist, damit er das macht. Warum? Weil er sich verliebt, deswegen. Wenn es seine Entscheidung sein sollte, mit der weiterzumachen, dann soll er sich verpissen, weil so ein *** brauch ich da nicht. Du bist eine Kämpferin und ich finde es unfassbar stark, dass du es weiter durchziehst und dass du nicht aufgibst. Niemals. Weil nur so wirst du erfahren, ob er noch eine Grenze überschreitet, wie weit das Ganze noch gehen kann oder ob er doch weiß, zu wem er gehört.